Hey Leute und willkommen zu einem etwas anderen Video, nämlich zu dem historischsten und absolut unbedenklichsten Produkt, was ihr jemals sehen werdet. Und da oben steht auch nicht irgendwo Werbung und ich bin absolut unbefangen, was dieses Projekt angeht. Okay Leute, die Sache ist die. Ich habe ja schon in meinem Discord Channel über die letzten Wochen und manchmal auch im Stream ein bisschen darüber geredet, dass ich vor einiger Zeit jetzt und in den letzten Wochen noch ein bisschen vereinzelt an einem kurzen Filmdreh teilgenommen habe zum Thema Assassin's Creed Valhalla. Und der Film ist jetzt tatsächlich draußen und wer ihn noch nicht gesehen hat, wer ihn noch nicht kennt, wer jetzt vielleicht nicht über den Film hier auf das Video gekommen ist, sondern über mich zu dem Video, was recht unwahrscheinlich ist, aber hey, ich verlinke den euch auf jeden Fall nochmal unten in der Videobeschreibung. Geht, schaut ihn euch an, ich mache das hier nicht aus eigenem Interesse, weil ich es selbst so cool finde. Und da ich heute ja so ein bisschen befangen bin, was das Projekt angeht, habe ich mir gedacht, wir nehmen heute das Video nicht als Anlass, um diesen Film jetzt komplett historisch auseinanderzureißen, sondern wir reden heute ein bisschen über die Thematik Geschichte oder geschichtliche historische Darstellung in Filmproduktion, Serienproduktion, Trailerproduktion. Und auch so ein bisschen Behind-the-Scenes, was heute gegeben ist, falls jemand unter euch ist, der den vielen, vielen wirklich talentierten Leuten, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, noch nicht irgendwo folgen. Wenn nicht, dann tut das sofort, schaut euch die ganze Liste im Abspann an und folgt jedem Einzelnen von denen, weil wir hatten wirklich große, großartige Leute dabei. Also wirklich jeder Einzelne davon. Also da sind jetzt natürlich auch so große Namen dabei, wie der Regisseur Vidan, der schon seit Jahren Regisseur ist und auch im Stunting von Jackie Chan ist. Oder unser Stunt-Coordinator Tolga, der auch für die Netflix-Witcher-Produktionen Stunt-Coordinator gemacht hat. Oder Joel Adrian, der neben einem richtig coolen Nachnamen auch noch das Stunt-Double für Adam Driver als Kaido Ren im letzten Star-Wars-Film war. Oder Paul Kless hier, der Paul Kless. Meine Damen und Herren, das ist Paul Blue-Eyes Kless. Oder für die etwas Jüngeren von euch, Paul Grün Kless. Wir sind quasi Seelenverwandte, weil er ist grün. Ich trage auch grün, von daher passt das schon. Alles super. Und natürlich darf auch mein Freund Kadat-Cosplay nicht fehlen. Hallo Krishna, ich weiß nicht, ob du das Video siehst, aber einige von euch werden ihn vielleicht kennen, wenn ihr öfters mal bei meinen Streams da seid. Denn er hat sich ja in den letzten paar Mal im Chat auch ein bisschen zu Wort gemeldet. Hallo. Und wenn man Krishna wirklich auf eine Sache reduzieren könnte, dann wäre es, dass er aus dem letzten Bröckchenunformem Material das geilste Kostüm oder das geilste Cosplay ever zaubern kann. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, mit ihm da zusammen im Kostüm-Department ein bisschen zu arbeiten. Und da kommen wir jetzt quasi so ein bisschen zu meinem Teil, was so ein bescheidener Typ von YouTube jetzt unter diesen ganzen Stars da macht. Nämlich war ich zusammen mit Krishna Kadat-Cosplay im Kostüm-Department dafür verantwortlich, dass alles so ein bisschen visuell zusammenpasst. Also, dass da zum Beispiel nicht auf einmal im Setting vom 9. Jahrhundert auf einmal gotische Rüstungen erscheinen oder so etwas in der Art. Und da kommen wir jetzt quasi zu einem kleineren Problem, was die Produktion ein wenig geplagt hat, nämlich der Zeitfaktor. Also, ich bin bis heute absolut erstaunt, dass dieser Trailer, so wie er jetzt rausgekommen ist, im Grunde genommen weniger als zwei Monate in der Produktion war. Und das entschließt so ziemlich alles von Pre-Production, Planungsphase, Ausrüstungsphase, kommunizieren mit Leuten, die mitmachen wollen. Und dann das Drehen natürlich an sich und dann die ganze Nachbearbeitung, die Effekte, die reingekommen sind etc. Bis es dann letztendlich zur Ausstrahlung kam. Und dieser Zeitfaktor ist tatsächlich etwas, was nicht nur diese Produktion geplagt hat, sondern wie ich mittlerweile von anderen Leuten, die eben auch in derselben Branche ein bisschen arbeiten, auch im Bereich historische Produktion oder, sagen wir mal, historische Beratung für Medienproduktionen. Also, dieser Faktor ist nicht exklusiv für diese Trailerproduktion. Und letztendlich hat das dann dazu geführt, dass Krishna und ich im Kostüm-Department ungefähr eine Woche Zeit hatten, oder sagen wir mal anderthalb bis maximal zwei Wochen dafür Zeit hatten, die passenden Kostüme rauszusuchen, die Kostüme dann auch noch stunt-tauglich zu machen und zu gucken, dass die Kostüme dann auch noch so aussehen, also so ein bisschen dreckig und so ein bisschen angewetzt, damit es eben auch zum Stil des Spiels passt und zum Halbwegsstil der Zeit. Und da jetzt quasi auch nochmal so eine kleine Anekdote am Rande, beispielsweise, wenn ich sage, die Kostüme mussten stunt-tauglich sein, dann meine ich damit sowas wie, es durften keine schweren Ringpanzerhemden benutzt werden. Deswegen hatten wir im Grunde genommen zwei Varianten. Wir hatten zwei Hemden, die aus Aluminium waren, die auch sogar im letztendlichen Produkt ganz gut aussehen. Die waren sogar vernietet. Und dann für die Leute, die ein bisschen weiter hinten gestanden haben, die nicht so im Fokus waren, da hatten wir dann beispielsweise die Hemden aus einem sehr, sehr günstigen, unvernieteten, brünierten Stahl. Oder die Helme, die ihr hier seht. Ja, die sind zugegeben ein bisschen klein, aber das hat hauptsächlich den Grund, das sind Plastikhelme von Amazon für 13 Euro ungefähr, die wir dann schnell, schnell aufgrund der Zeit und aufgrund des Budgets noch dazu gekauft haben. Und wo Krishna sich dann noch Abend um Abend hingesetzt hat, um die wenigstens so ein bisschen aussehen zu lassen, als wären es keine Plastikhelme, sondern als hätten die wenigstens so ein bisschen qualitatives Material und haben schon ein bisschen Action gesehen, sage ich jetzt mal. Und dann hatten wir beispielsweise auch das Problem, wir wollten Angelsachsen mit Umhängen dastehen. Allerdings, wie willst du diese Umhänge befestigen? Normalerweise hätten wir da jetzt gesagt, okay, wir holen uns relativ günstige Dosenfiebeln und fiebeln das einfach zu. Das Problem dabei ist nur, so eine Fiebel ist aus Metall und so eine Fiebel hat einen spitzen Dorn. Und dann haben die Verantwortlichen für die Stunzen halt auch gesagt, nee, das können wir nicht bringen. Wir können da keine Überschläge machen und uns irgendwie hinfallen lassen, wenn wir die ganze Zeit Angst haben müssen, dass wir hier einen spitzen, langen Dorn auf die Brust gesetzt haben. Also was haben wir gemacht? Mithilfe von Vale, einige von euch kennen sie aus dem Twitch-Chat, haben wir sowas bekommen. Sieht auf die Ferne und im Trailer tatsächlich auch aus wie Fiebeln, die man sich hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, irgendwie so, auf die Brust setzen kann. Allerdings ist es dehnbar. Es ist einfach nur Foam oder Schaumstoff, den sie dann gedrämelt hat und schön lackiert, damit es eben im Film, wenn da so schnelle Bewegungen sind oder was auch immer, auf der Brust aussieht wie eine normale Fiebel. Das heißt im Grunde genommen, ihr merkt schon, da ist viel Trickserei dabei. Und ja, natürlich, im Idealfall hätte man jetzt gesagt, okay, wenn wir viel Zeit haben und viel, viel, viel Budget, dann müssten wir eigentlich die Leute so ausstatten, wie es, ich sag mal, historisch akkurat wäre. Dann hätten wir uns hingesetzt, hätten Schneider bestellt, hätten nach Quellen historische Schnittmuster rausgesucht, wir hätten Schmiede beauftragt, passende Helme herzustellen für uns, wir hätten uns nochmal mit Museen auseinandersetzen können und uns vielleicht noch Experten ranholen können für Trageweise und Kombinationsmöglichkeiten in verschiedenen Kulturkreisen. Und wenn man so sieht, das England des 9. Jahrhunderts ist ja auch kein homogenes angelsächsisches Konsortium, sondern ist ja auch eine Ansammlung von einzelnen Dörfern, die zwar schon im Feudalzeitalter angekommen sind, aber trotzdem noch so ein bisschen eigenständiges Denken haben. Und da hast du auch nicht eine generelle, generische Masse an Angelsachsen, die alle gleich aussehen. Und selbst da müsste man dann noch weiter differenzieren, aber man muss natürlich auch sehen, wir hatten zum einen maximal zwei Wochen Zeit, Kostüme für einen Großteil der wichtigen Leute in diesem Film zusammenzuschustern und auf der anderen Seite, worüber ich jetzt noch gar nicht geredet hatte, wir haben natürlich auch ein gewisses Budget. Und dieses Budget, ohne da jetzt groß Zahlen zu nennen, mit dem wir dann letztendlich etwa zehn Leute ausgestattet haben, war im Grunde genommen so groß, dass man sich noch nicht mal eine gute Reenactment-Ausstattung davon hätte leisten können. Das heißt, die Leute unter euch, die sich ein bisschen mit Reenactment auseinandersetzen, die werden ungefähr wissen, was so eine Gewandung kostet. Also mit ein paar tausend Euro ist man da bei einer guten Gewandung schon dabei. Und wir hatten eben noch nicht mal dieses Budget für zehn Kernleute plus Extras. Und das klingt jetzt so ein bisschen apologetisch, soll es aber gar nicht sein, sondern es soll eher so den Kompromiss zeigen, den man da eingehen muss. Weil wir haben auf der einen Seite natürlich das fachlich korrekte Historische und auf der anderen Seite wollen wir einen coolen Film produzieren. Und so gesehen ist für das fachliche Historische der Film komplett irrelevant und für den coolen Film ist das fachliche Historische komplett irrelevant. Und deswegen müssen beide Seiten da irgendwie zusammenfinden. Und ich kann euch an der Stelle schon sagen, dass wir mehr als einmal in das Skript eingegriffen haben. Was auch der Grund ist, wieso im Trailer nicht einmal das Wort Knights vorkommt, also Ritter, aber im Abspann immer noch von Knights die Rede ist. Und das nun nicht wirklich ein korrekter Begriff ist für das angelsichsische England. Aber gut, das sei jetzt mal am Rande gesagt. Und da jetzt auch nochmal eine lustige Anekdote zu Paul Klaas. Der Paul Klaas, meine Damen und Herren, wir reden hier von dem Paul Klaas. Das war eigentlich ganz lustig, weil Krishna und ich im Kostümdepartment hatten dann so ungefähr eine Woche vor dem Dreh alle Kostüme zusammen, haben die dann bestellt und geguckt, dass es irgendwie halbwegs passt. Und dann haben wir gesagt bekommen, ach übrigens, der Paul Klaas möchte noch mitspielen. Und Krishna und ich sind dann quasi rotiert und haben uns gedacht, ach du meine Güte, wir haben jetzt schon alles bestellt und das Zeug, wenn wir jetzt nochmal was bestellen und es ist gerade Wochenende, dann kommt das gar nicht mehr rechtzeitig, bevor der Dreh überhaupt losgeht. Wie sollen wir jetzt noch ein Kostüm für Paul Klaas besorgen? Und da kam fünf Minuten später, ach das ist gar kein Thema, Paul Klaas möchte oben ohne drehen. Und ach du Scheiße, der Typ kann es sich echt leisten. Ich meine, guckt ihn euch an. Und dann ist auf der anderen Seite so ein Lappen hier im Film drin, zu dem er echt sagen könnte, Junge, geh mal in die Sonne oder wenigstens ins Fitnessstudio. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe schon die ganze Zeit über den Film geredet, habe noch nicht einmal den Hauptcharakter erwähnt. Übrigens, Avor ist auch mit dabei. Einige von euch kennen Ben, den Schauspieler hier, bestimmt als Maul Cosplay oder Geralt Cosplay oder Karl Drogo Cosplay. Sagen wir einfach, er ist keine kleine Nummer im Cosplay-Bereich. Aber was will ich jetzt durch das Ganze hier ausdrücken? Und zwar ist das so eine Art Videoantwort auf viele, viele Kommentare, die ich nicht nur bekommen habe unter meinen letzten Videos zur Serie Barbaren auf Netflix, sondern auch unter so ziemlich jedem Video, was ich bis jetzt zu Filmen mit historischem Fokus auf diesem Kanal hier gebracht habe. Um euch da mal ein kleines Beispiel zu geben, nämlich unter meinen Videos zur Serie Barbaren auf Netflix, haben sehr viele Leute beispielsweise drunter geschrieben, dass die Serie sie absolut nicht angesprochen hat und dass sie sofort ausgemacht haben und dass sie das absolut verurteilen, weil sie Steigbügel gesehen haben in dieser Serie. Und das haben tatsächlich auch Leute geschrieben unter der Serie Rome, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was öfter mal aufkommt. Und ja, ihr habt insoweit recht, dass das natürlich stimmt. Steigbügel in einem römischen, europazentrischen Kontext passen bei einer hundertprozentig authentischen, historischen Darstellung einfach nicht rein. Das stimmt, weil es da eben keine Steigbügel gab. Allerdings, was viele, viele Leute eben vergessen, ist, dass es sich hier um Serien oder um Filme oder um irgendwelche anderen medialen Produktionen, wie hier jetzt bei unserem Beispiel um einen Trailer, handelt. Und die Leute, die da dran mitarbeiten, sind A, keine Historiker. Also wir haben mal das Glück, dass mal ein Historiker da am Set ist, aber das war es dann auch schon. Und die Leute wollen einen guten Film machen oder eine gute Serie oder einen guten Trailer. Und das können die gut. Und wenn dann so ein Historiker die ganze Zeit so, nee, das dürfte nicht machen, das ist auch nicht wirklich förderlich. Und auf der anderen Seite, was ich jetzt schon gesagt habe, Geldgründe, Zeitgründe oder tatsächlich auch nur Sicherheitsgründe. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir lassen die Steigbügel komplett weg, aber dann müsste man auch den Stuntleuten sagen, die jetzt vielleicht jahrelange Erfahrung im Pferdestunt irgendwie haben mit Steigbügeln, müsste man auf einmal sagen, ach übrigens, ihr habt jetzt keine Steigbügel mehr, lernt das mal innerhalb von zwei Stunden, weil in zwei Stunden geht die Szene los. Und wenn die dann einen Reitersturmangriff wie in Gladiator filmen, wo 20, 30 Leute hintereinander mit Pferden im vollen Galopp reiten und dann vorne in der ersten Linie zwei, drei Leute vom Pferd fallen, weil sie es eben nicht gewöhnt sind, ohne Steigbügel zu reiten und dann von den hinteren Leuten einfach zertrampelt werden und im schlimmsten Fall umkommen, wer haftet dann dafür und was ist in dem Sinne dann schlimmer, dass da zwei, drei Leute gestorben sind bei Produktionen, nur weil irgend so ein Historiker gesagt hat, ja, aber Steigbügel gab es nicht. Und von daher sage ich, man muss sich das Medium immer bewusst sein. Natürlich ist es schön, wenn man in einer historischen Produktion auch ein bisschen Historik vermitteln kann, allerdings sollte man niemals davon ausgehen, dass nur wenn man sich jetzt eine historische Serie ansieht oder einen Film oder sonst etwas, man 100% Geschichte vermittelt bekommt. Dafür ist das Medium einfach nicht ausgelegt. Und sowas hatten wir hier bei der Produktion bildlich eben auch. Ob es jetzt so ein kleiner Dorn ist, der da die ganze Zeit auf der Brust sitzt und um den man sich Sorgen machen muss oder teilweise auch der Fakt, dass wir hier zwar ein angelsächsisches Setting haben, aber nicht einer von den Angelsachsen ein Schild trägt oder mit einem Schild kämpft. Kann man auch so sagen, ja, wir hatten Schilde vor Ort. Wir haben uns sogar extra noch von LARPern, die da waren, LARP-Schilder haben geben lassen, damit es dann vielleicht auch ein bisschen sicherer ist, falls dann diese Schilde zum Einsatz kommen. Aber da die Stunts wirklich vor Ort ausprobiert, einstudiert und umgesetzt wurden innerhalb von teilweise einer halben Stunde, konnten wir dem Fight Choreographer und dem Stunt-Team, die ja für ihre eigene Sicherheit auch zuständig sind, das so nicht verkaufen. Und deswegen hat dann letztendlich keiner der Angelsachsen im Film ein Schild. Mal ganz davon abgesehen, dass man das bei den Stunts, die die Leute da veranstaltet haben, wirklich verstehen kann. Also ich selbst hätte noch nicht mal den Mumm mich im T-Shirt und in der Sporthose so hinfallen lassen und so durch die Luft wirbeln zu lassen, wie die Jungs das gemacht haben. Also da auch großen, großen Respekt. Aber letztendlich geht es mir auch darum, dass wir versuchen, immer mehr kleinere Details in historische Produktion einfließen zu lassen, sodass wir dann auch irgendwann von dem Klischee der fellbehangenen, starken Wikinger wegkommen, etc. Aber gleichzeitig auch zu vermitteln, dass es eben nicht utopisch geht, dass jetzt von 0 auf 100 auf einmal alles umgekrempelt wird. Auf 100 Prozent, das muss alles historisch sein, sonst ist es Schrott. Denn so hat noch in keinem Bereich irgendetwas funktioniert, dass man von 0 auf 100 auf einmal Perfektion erzielt hat. Die wichtigsten Schritte, meiner Einschätzung nach, sind immer die kleinen Schritte. Irgendwann kann man mal einen großen Schritt machen, aber die Basis dafür sind eben sehr viele, sehr kleine Schritte. Und dass wir heutzutage sagen können, wir haben bei Barbaren einen Historiker dabei, wir haben bei einem Assassin's Creed Trailer, wo es absolut nicht notwendig gewesen wäre, einen Historiker zu beschäftigen, haben wir auch einen Historiker dabei gehabt. Und wer weiß, wo das in 20, 30 Jahren noch hingeht. Aber das erreichen wir natürlich auch nicht, wenn wir von der anderen Seite komplett dagegen schießen und sagen, wir wollen jetzt Perfektion, sonst ist das alles nichts wert. Und von daher würde ich sagen, für diejenigen, die den Trailer noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch an. Jetzt, sofort, sofort. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Und dann bis zum nächsten Video. Und dann bis zum nächsten Video. Und dann bis zum nächsten Video. Und dann bis zum nächsten Video.